Moin Leute, ich habe ultra Bock auf das Video hier, also wenn euch das genauso gut gefällt wie mir, dann lasst mir mal gerne einen Daumen nach oben da. Und wir starten mit einer Klausuraufgabe zu Ortskurven. Ja und so sieht das Ganze aus. Wir haben einfach eine Ortskurve gegeben und sollen jetzt aus der Ortskurve bestimmen, wie die Komponenten verschaltet sind und welche Bauteilgrößen sie haben. Und ich würde sagen, als Klausurvorbereitung machst du die Aufgabe jetzt einmal selber, soweit wie du kommst. Und wenn du gar nicht weiter weißt, dann schaust du dir jetzt mal eine Erklärung dazu an. Los geht's. Okay, gucken wir uns nun die Ortskurve mal im Detail an. Der untere Teil dort unter der Realachse, der sieht aus wie so ein deformierter Halbkreis, der auf der Realachse startet und damit zunehmender Frequenz Richtung Ursprung eigentlich, ja, läuft. Und das ist ein Indiz dafür, dass wir hier eine Parallelschaltung vorliegen haben von Widerstand und Kondensator. Denn die Ortskurve dieser Verschaltung ist ja nun mal ein Halbkreis unterhalb der Realachse, der auf der Realachse startet und mit zunehmender Frequenz in den Ursprung läuft. Allerdings ist das Ganze ja noch überlagert mit einer anderen Wirkung, die wir uns jetzt anschauen wollen. Dazu gucken wir mal den Teil über der Realachse an. Und ja, hier sehen wir, dass mit zunehmender Frequenz das Ganze eigentlich in den unendlichen imaginären Bereich abdriftet. Und das Ganze spricht eben dafür, dass zu dieser Parallelschaltung eine Spule in Reihe geschaltet ist. Denn die sorgt dir dafür, dass mit zunehmender Frequenz der Imaginärteil immer weiter steigt. Ihr könnt euch auch vorstellen, am Anfang, wo die Frequenz sehr gering ist, da spielt eben die Spule noch überhaupt keine Rolle. Wohingegen, wenn wir uns nun in dem Bereich viel größere Frequenzen begeben, dass die Ortskurve dann komplett dominiert wird von der Wirkung der Spule. Okay, super cool. Wir haben jetzt nur dadurch, dass wir uns die Ortskurve angeschaut haben, mit unserem Wissen über Ortskurven herausgefunden, wie die Komponenten verschaltet sein müssen. Jetzt wollen wir noch herausfinden, wie groß die Bauteilgrößen sind. Und da starten wir erstmal rein, damit die Impedanz dieser Verschaltung auszurechnen. Hierbei gucken wir uns zuerst mal die Impedanz der Parallelschaltung aus Widerstand und Kondensator an. Ja, und bei der Parallelschaltung war es ja so, dass wir bei zwei Bauteilen einfach sagen können, wir rechnen das Produkt durch die Summe. Das habe ich hier auch mal getan, nur jetzt haben wir eben das Problem, dass unten im Nenner ein R plus 1 durch J Omega C steht. Anders gesagt, dort steht eine komplexe Zahl. Was wir also tun, ist, wir erweitern mit dem Komplexkonjugierten des Nenners, um die komplexe Zahl dort unten über die dritte binomische Formel eben zu einer rein reellen Zahl zu machen und die komplexe Zahl so gesehen in den Zähler zu verlagern. Das habe ich auch getan und dann wäre ich an sich schon fertig, aber ich will den Term noch etwas vereinfachen, dass uns nachher das Rechnen etwas leichter macht. Deswegen erweitere ich hier nochmal mit Omega C² und der Term, der sich dann ergibt, ist deutlich schlanker und ich kann ihn auch super nach Real- und Imaginärteil trennen. Da die Schritte ja jetzt relativ fix gingen, lasse ich dir hier einmal kurz Zeit, Pause zu drücken und die Rechenschritte vielleicht nachzuvollziehen. Ich würde dir auch empfehlen, das einmal selber durchzurechnen. Und als kleiner Tipp, alternativ hätte ich natürlich auch die Admittanzen der beiden Bauteile addieren können. Es ist ja eine Parallelschaltung und wäre deutlich schneller zu dem Term, der am Ende rauskommt, gekommen. Vielleicht probierst du das auch nochmal zur Übung und wir machen weiter mit der Impedanz der Spule. Ja und ich glaube, bei der Impedanz der Spule erzähle ich niemandem, was neu ist, wenn ich einfach sage, dass die natürlich J-Omega L ist. Ja und dann wollen wir den ganzen Hasen mal zusammenbringen. Es ist ja eine Reihenschaltung, also einfach die Summe der beiden Impedanzen. Ja und mit ein bisschen Mathe-Magic oder beziehungsweise indem ich das J-Omega da hinten im Imaginärteil ausklammere, komme ich dann für die Gesamtimpedanz der Schaltung auf folgenden Term. Auch hier gebe ich dir mal ganz kurz Zeit, Pause zu drücken und die Rechnung abzuchecken. Ja und mit dem Term zur Gesamtimpedanz und der Ortskurve zusammen können wir uns jetzt die Bauteilwerte ausrechnen. Lass zuerst mal den Punkt auf der rechten Seite bei Omega gleich 0 anschauen. Dort kann ich aus der Ortskurve ablesen, dass hier meine Impedanz 60 Ohm rein reell groß sein muss. Wenn ich jetzt meinen Term nehme für die Gesamtimpedanz und dort einmal für Omega 0 einsetze, dann sehe ich auch schon, dass hinten der Imaginärteil komplett wegfällt. Da steht ja J-Omega, Omega ist 0, also Imaginärteil fällt komplett weg. Und im Realteil fällt auch unten der Term im Nenner weg, sodass dort nur noch steht für den Realteil R durch 1. Ja und R durch 1 ist natürlich R und R sollte ja 60 Ohm sein bei Omega gleich 0. Also weiß ich jetzt schon mal, mein Widerstand in der Schaltung ist 60 Ohm groß. Ja fresh, wie mache ich weiter? Ich habe ja noch einen Punkt gegeben auf meiner Ortskurve. Und zwar weiß ich, dass meine Gesamtimpedanz an der Frequenz 10,05 pro Sekunde 15 Ohm rein reell groß sein muss. Nun handelt es sich bei der Frequenz Omega 0 nicht nur um irgendeine beliebige Frequenz, sondern, das deutet dieses 0 unten an, die Resonanzfrequenz der Schaltung. Und Resonanzfrequenz bedeutet, dass bei genau dieser Frequenz der Imaginärteil der Impedanz 0 ist. Und das vereinfacht eben unseren Term erheblich, denn ich weiß jetzt, dass das, was auf der rechten Seite noch übrig geblieben ist, genau 15 Ohm entsprechen muss. Und diese Gleichung kann ich nutzen, um meine Kapazität des Kondensators auszurechnen. Denn alle Größen sind bekannt bis auf die Kapazität, also forme ich das Ganze mit etwas Mathematik nach C um und errechnen dann die Kapazität des Kondensators mit 288,7 Nanofarad. So, und was uns jetzt noch fehlt, ist die Spule. Dafür nutzen wir die Information, dass bei der Resonanzfrequenz der Imaginärteil der Impedanz 0 beträgt. Anders gesagt kann man auch sagen, die imaginären Wirkungen von Kondensator und Spule heben sich in diesem Punkt genau gegenseitig auf. Wir setzen also den Imaginärteil der Impedanz bei der Resonanzfrequenz gleich 0 und lösen die so entstehende Gleichung nach der Induktivität auf. Ja, und auch das ist mit ein bisschen Mathe zu schaffen. Logischerweise muss die Induktivität eben genau so groß sein, wie der Anteil, den der Kondensator und der Widerstand mit reinspielt. Und wenn man das Ganze ausrechnet, landet man bei 259,8 Mikrohenry. Hat euch die Aufgabe gefallen? Dann lasst mal gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal sonst einen Kommentar, was ihr besser machen würdet oder was ihr euch wünschen würdet für die nächsten Aufgaben. Oder lasst mich wissen, wenn ihr noch viel mehr von diesem Zeug sehen wollt, würde mich auch sehr freuen. Ansonsten haut rein, Elektronik! Wir sehen uns beim nächsten Mal.